Brumm, brumm, juhu, juhu, Gran Turismo 6 wurde endlich angekündigt. Daumen hoch davon von Dave, unserem absoluten Gran Turismo Experten. Der ist nämlich zwar Layouter, aber hat wahrscheinlich auch genau deswegen so viel Zeit, 1000 Runden privat zu drehen auf der Place. Und Dave, sag mal ganz kurz, was ist denn jetzt neu am Gran Turismo 6 im Vergleich zum Fünfer? Eine Menge scheinbar, vor allem, ich freue mich am meisten darüber, sie verkürzen Ladezeiten, endlich, das Menü wird toll. Das sind aber nicht die wichtigen Änderungen. Die wichtigen Änderungen sind, vor allem gibt es ein neues Physikmodell, was die Aufhängung angeht, ein neues Reifenmodell, das wird für die Fahrspaß-Enthusiasten natürlich eine neue Herausforderung. Ich freue mich sehr drauf. Es gibt eine Handvoll neuer Strecken, es gibt einen aufgebohrten Strecken-Editor, es gibt haufenweise neue Autos, es gibt Schieß-mich-tot, Unmengen an wunderbaren Dingen, die uns zu Weihnachten beglücken, denke ich. Stimmt, es soll noch in der Weihnachtssaison Holly Davies, auf Englisch immer dann so schön heiß, rauskommen. Dave hat es ja schon richtig gesagt, es sind viele, viele Autos, viele, viele Strecken, ich glaube sieben neue, insgesamt dann 33 mit verschiedenen Layouts. Der Witz daran ist, erstens mal, es sind alle Autos und Strecken aus Gran Turismo 5 mit drin, also bis zum heutigen Stand natürlich. Und der nächste Witz, es kommt für die Playstation 3. Da war ich kurz davor, was falsch gelesen zu haben, aber es ist Playstation 3. Es kommt nicht für die PS4, nur vielleicht auch. Was hältst du davon? Ist das nicht ein bisschen komische, ich sage jetzt mal Abzocke oder so, weil die könnten doch eigentlich einfach nur Gran Turismo 5 mit DLCs und mit Patches weiterführen. Jetzt kommt dort sich ein neues Spiel raus. Ich persönlich freue mich sehr drüber, muss ich sagen. Ich muss mir nämlich keine PS4 kaufen erstmal. Juhu! Ich denke aber ernsthaft, dass die mittlerweile die PS3 die Hardware so gut im Griff haben, dass sie ein fertiges, rundes Spielerlebnis bieten können, eben was die Ladezeiten angeht, wie angesprochen. Wahrscheinlich wird die Grafik extrem aufgebohrt sein, wirklich bis an die Grenzen der PS3. Also mir persönlich ist es lieber, sie gehen auf die alte Hardware und liefern eben ein wirklich fertiges Spiel ab, als dass sie jetzt hier noch PS4 machen und Starttitel und das wird alles super. Und dann kriegen wir so ein latentes Debakel wie mit Gran Turismo 5 mit an allen Ecken und Enden halt nicht fertig. Genau. Aber obwohl nicht fertig, glaubst du wirklich, dass das Ding auch dann im Herbst rauskommt oder Weihnachten? Weil ist ja nicht ganz immer so gewesen, dass Gran Turismo auch wirklich pünktlich rauskam. Ja, den Kindern sollte man es nicht unter den Weihnachtsbaum versprechen, würde ich sagen. Aber ich denke schon, dass sie sich so weit zusammenreißen, dass es pünktlich tatsächlich rauskommt. Weil dann gibt es ja eine PS4 und um da nicht völlig unterzugehen, beziehungsweise um die PS3 noch etwas länger am Leben zu halten künstlich, sollen sich die Jungs ranhalten. Ich freue mich, es wird ein schönes Weihnachtsfest. Also mit diesen Worten ein Segen auch von mir.